hallo freunde und willkommen zur neuen folge hör mal wer da hämmert mit dabei ist heute kai hallöchen ja oh seifenblasen genau das thema ist eine bubble da ich will keine idee alles klar geht schon los oder was ja ich weiß wie baut man sowas aus glas oder ein scheiß thema ohne witz da geht schon gleich los ja was ist für dreck ja geht eigentlich voll finde ich nein das ist voll kacke doch möchte gern was rundes in minecraft bauen geht nicht das spürstürzt ab dann ist so das sieht gar nicht so schlecht aus vielleicht vielleicht wird das doch gar nicht mehr so kacke fuck man sieht aus wie so ein drecks hotdog in hotdog sind wir in der gleichen lobby eigentlich was sind für ein hotdog ja es ist aus meins sieht halt überhaupt nicht aus wie eine seifenblase oder eine bubble aber mit viel fantasie könnte man das erkennen hoffentlich oder es wird explodieren ja irgendwie ganz lustig nein ich bin mal gespannt was die anderen bauen habe ich überhaupt keine idee spielen hier um zu gewinnen ist der ernst des lebens mit solchen leuten spielt man hier master bilders super weiß schon was abgeht ja ist der typ hier robot der name ist programm ja super nice irgendwie es ist halt nicht rund das wird sowas von explodieren scheiße oh nein aber die idee ist auch schon nicht so gut an sich seifenblasen oder deine idee alles das ganze hier ist scheiße ich ich fände das voll cool einfach so ein hausbauen oder so was klassisches ach so ja ein hausbauen das wäre gut ähm ein baum aber das hier nee 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 so jetzt dann das erkennt man halt echt überhaupt nicht fällt das runter nee hält sehr gut so das noch hier hoch bauen und dann sind wir schon fast fertig ach man sieht schon richtig kacke aus das ist ja eine gute folge bis jetzt schon mal das nehmen wir noch mit von der idee ist das eigentlich ziemlich nice aber die umsetzung ist echt maximal vier minus der gute wille zählt ja hoffe ich doch für den willen gibt es noch nur zwei das wäre echt nice was steht da dann tut's alles klar juckt mich ne uuuu 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 Ey, das finde ich gut. Das ist cool. Das ist richtig nice. Ja, das ist eine gute Sache. Mit diesem Stäbchen hier und so, was man da so reinpackt alles. Nur, es ist... Everything is awesome ist schon... Also, ich gebe ein Good, weil du kriegst diesen Tennisschläger nicht in dieses kleine Ding rein, weißt du? Das ist doch... Du bist echt ein Arsch, ey. Das ist doch die Idee. Das ist eine Bubble. Ja, okay. Doch, it's okay. Man erkennt es. Das ist keine Seifenweise. Das könnte auch von dir sein. Das ist eine Sau, Alter. It's a bubble. Meh. Meh. Das ist irgendwas am Boden. Mal einfach bledig, das musste mich explodieren. Nein, dafür war es noch zu gut. Heißt der Mrs. Lex oder Mr. Slacks? Keine Ahnung. Das ist... Komisch. Das ist eine halbe. Das kann nicht funktionieren. Meh. Explodieren. Ah, schade. Das ist deins, oder? Nein. Meiser Bleeding. Das ist deins. Das ist es mein. Das war der, der immer so viel geschrieben hat, ne? Meiser Bleeding. Das war doch der, der meinte, ich schuhe euch aus oder so. Ja, Meiser Bleeding. Was ist das denn? Ich habe das jemand nicht ganz verstanden. Was steht da Pupp? Ja, Meiser Bleeding. Warum kommt das durch? Oder verstehe ich das nicht? Oh, lolololol. Was haben wir hier? Keine Seifen. Oh, nee, komm. Also echt jetzt. Meiser Bleeding, wirklich. Ich frag mich, was er hier links versucht hat. Seifenblasen. Und das sind einfach nur Blöcke in der Luft. Bubble. Ja, das ist halt 2D und 2D ist scheiße. 2D ist echt nicht gut. Ja, Meiser Bleeding. Ich habe geschrieben, fuck 2D und es kommt das raus. Gut. Nein. Ey, komm, 2D muss man echt nicht machen bei einer Puppel. Das ist auch kacke. Ja, das ist... Es ist okay. Er hat es versucht, ein bisschen 3D-mäßig. Kann man machen. Doch. Ist das deins? Sieht aus wie Patrick und Spongebob. Das ist deins. Wie kommen wir sonst auf die Story mit Spongebob? Weiser Bleeding. Weiser Bleeding. Ah, scheiße. Aber es sieht ja trotzdem so aus. Was ist das? Das sieht cool aus. Weiser Bleeding. Jetzt kannst du noch du kommen. Ich gebe gut. It's okay. It's okay. Du bekommst ein Okay. Du bekommst ein Okay. Und? Komm schon. Oh, geil! Oh, guck dir das an. 138. Ja. Nice. Die Päsen sind voll nervig. Das screenshot ich mir. Also das kommt hier an die Wand. Okay. Okay. Gute Runde. Boah, was ging jetzt ab? Flakgeschütze, Alter. Alles klar. Natürlich. Dann. Haben wir sogar Zeit für doch eine Folge. Oder? Ach. Ich würde sagen, das war es einfach. Das war es einfach. Das war es einfach, okay. Das war es einfach. Das kann jetzt nur schlechter werden. Stimmt's. Das werde ich mir ausdrücken und an die Wand hängen. Als Wandposter. Dann Autogramm drauf machen und verschicken. Ja. Wer es haben möchte, schreib mir eine Nachricht. Schreib mir den Päsen. Der bekommt das zugeschickt. Auf SchülerVZ. Auf SchülerVZ. So. Danke fürs Zuschauen. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Wenn es wieder heißt, hör mal wieder Heimat.